Wir sind in die Berge von Priorat. Raimond, der Winzer, und seine Tochter Isabel, die auch Winzer ist, und Ricard, die spricht ein bisschen unterschiedliche Sprachen. Weil unser Deutsch nicht so gut ist, reden wir momentan jetzt in Englisch. Entschuldigung. Danke. Die andere Wanda soll eine raus. Und diese Wanda, das war ein Molm-Midu. Wir sind in Philippes-Wander-Winzer, zwei Hektar von Centenary-Winzer, mostly Garnacha und ein bisschen Carreñena, looking north, wo Sobre Todo ist born. Wir machen diese Wanda Sobre Todo für Philippes-Wander. Wir sind 500 m. ab Seeleber, mit spectacularen VIEWs über all Priorat und den Montsen-Range in der Bottom. Wir sind sehr glücklich, zu sein Teil des 20. Jahrhunderts von Svander-Selektion, weil es hat uns den größten Importer für uns seit unserer Fundation in 1999. Salud. Salud. Congratulations for the next 20 years. 1. Jahrhunderts von Svander ب